Ich hoffe, die haben dann einen Helikopter. Aber zum Glück ist das Ding endlich so weit entfernt. So. Wir lassen den Heli hier und die Rebellen holen ihn ab. Ja, da ist ein Trecker. Wo müssen wir hin? Ach, ganz nach oben. Ach, da ist er wieder so ein... Komm, wir fahren mit dem Trecker. Ich fahre. Weg hier, wir treffen uns da. Wir treffen uns doch nicht da. Ja, kein Kommentar. Das war aber, ganz ehrlich, das war abzulegen, ja? Das war so klar. Das war... Aber lustig. Ein Spezialteam, so Top-Secret. Geht einfach mit dem Trecker durch die Gegend. Trecker fahren. Wieso habe ich... Wieso habe ich jetzt schon wieder so ein... Ekelhaftes Ding. Ich will eine Pistole. Ich will eine Pistole. La Pistola. Mit... Äh... Muss ja alles zusammen passen. Was habe ich bei den anderen? Ah, ich nehme mal die da. Sieht cool aus. Äh... Teile. Schaltdämpfer. Erweitert. Passt. So. Wir rasen ziemlich schnell, konstant auf eine kleine Pistole. Wobei wir unten stehen und die anderen oben. Dann kommen wir hier schnell hin. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Yo, zwei Kartellschützen. Da, neben dem Nahrungscontainer. Wollt ihr die ausschalten? Gehen Position. Suche bessere Schusslinie. Neben dem Nahrungscontainer. Ziele fasst. Bin bereit. Hab ihn, er ist tot. Okay, wir sind cool. Okay, wir sind cool. Das ist schön. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Okay. Ja. Ja. Wenn man da ist, dann kann ich da jetzt einfach messen müssen. Also, haben wir so krasse Gewitter. gibt es hier ziemlich häufig also nichts ist was dagegen hat, nur auf so eine Entfernung zu schießen ist fast unnötig also realistisch geworden also es ist eigentlich unnötig was soll ich denn da hoch bringen? da ist der aber habe ich den habe ich den schon gefreit warte mal ihr wollt mir jetzt nicht sagen dass das aufpassen dass dein geschütz also wir wir haben hier den dinge geklaut sind ganz weit weg geflogen und jetzt sind wir wieder hier wo wir an ja wunderbar das ist ja herzallertiv wir haben das wieder einen punkern passt auf wir haben feindaktivität cool dass die das nicht gecheckt haben dass wir hier da alles gefreit haben aber wobei wir haben ja auch gar keinen asarm ab machen wir hier unser wow Aber als Scharfschütze uns nicht bemerkt zu haben, wahrscheinlich hat er gerade geschlafen. Er hat gerade gezeltet und jetzt wollte er, oft geschreckt von dem Unwetter, mal schauen, wie die Lage ist. Wir haben Gegner in der Nähe. Wir haben einen Sicario mit MP. Direkt am Reifenstapel. Mit MP. Dann fangen wir mal. Ich sehe ein 2,4. Zeit markiert. Abmach 1,8,5. Ah, easy. Okay, also. Der gehört hier. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel, die in Position. Okay, dann nehme ich die 2, die... Gib Zeichen. Sind nicht nur zusammen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Das war so cool. Die Arschlöcher wissen Bescheid. Bst. Deckung suchen! Ich habe aus Versehen, die Drohne kommt. Ist das dämlich. Dieses Y an... Ich muss echt dringend daran arbeiten. Verdammt, das war knapp. Ja, das war vor allen Dingen dem nicht. Entschuldigung. So. Dann fliegen wir mal im Sturm. Ziemlich viele Lichter und Scheiter hier drin. Sehr viel Sinn noch. Vor allen Dingen, ich wundere mich auch noch, dass ich mich nicht hinknie. Oh Mann, echt jetzt. 4 Kilometer noch da. Und wir waren gerade vor Ort eigentlich. Naja, egal. So, danach, ich verspreche es euch, werden wir die Hauptquest weiterspielen. So, vielleicht haben wir ja wirklich einen Hauptschrauber dann. Aber ganz ehrlich, wie sollen wir bei so einem Wetter bei Nullsicht landen? Ah. Verdammte Scheiße. Ja? Was dann? Ich dachte, wir drehen uns. Aber da unten sind viele mit Helikopter und so. Wer ist der Boss hier? Wer ist der Boss? Gut gemacht. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Gehen wir. Wo das Flugzeug ist, sagen wir ihnen später. Und die haben sogar einen. Helikopter. Puh. So. Und wieder ganz zurück. In Okoro herrscht Chaos. Und Svenio will El Emisarius Kopf. Nicht mal El Gaggio kann ihn mehr schützen. Bringt ihr El Emisario zu mir. Vielleicht ist er ja bereit für einen Deal. Gut. Aber wirklich, ne? El Emisario fährt bei diesem Wetter. Nein. Juhu. Das Bild ist, dass es ja jetzt gerade wieder Helikopter ist, ne? Aber nachdem es immer besser funktioniert, muss man ja auch noch mal sehen sehen. Ne. Ach, das ist jetzt... Ah. Da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Hier ist ja dieser Scharfschützer. Ein Scharfschützer. Genau. Ich sehe noch einen Tango. Achtung! Da sind Unidad-Patrouillen in der Gegend. Vielleicht eine Antwort auf den Staub, den wir in Okoro aufgewirbelt haben. Oder hier vor kurzem. Ich sehe ein Scharfschützer. Ein Scharfschützer. Ich sehe ein Scharfschützer. Ein Scharfschützer. Alter, hier ist ein bisschen mehr los als letztes Mal. Das sind 20. 21. 22. Geh in Position, suche eine bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziele fast, hab das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Er ist tot. Okay, nichts passiert. Hier kümmern wir uns erstmal um die Rückseite. Jetzt wird's tagt, das ist ja echt schade. Und da wird's tagt, das ist ja schade, das ist ja schade. und im haushalt ich habe ein ziel mit maschinenpistolen ok genau da kommen zwei 1 2 3 4 5 und 2 wie soll ich das denn machen ich habe wir müssen wirklich hinten anfangen so das problem ist wenn ich die beiden jetzt erschieße dann kommen die beiden später wieder und sehen die andererseits die sehen die sowieso bald da soll ich nochmal auf die beiden warten jetzt kommen die beiden ja ich habe das ziel ich sehe das ziel ich schieße auf tango am boden das war scheiße knapp ja die haben es heute gesehen da du bist 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 scharfschmerzen ja lustig er ist dass die das gesehen haben aber nicht machen drohe ja da vorne sind ein paar tote socken die sich jetzt ich warte noch auf den deshalb jetzt bald auch aufkreuzen und dann müssen wir ins westen stechen ich habe hüftschutz schuss für zu tot das ist oder gehen wir ins haus keine schlechte da hinten ist jetzt alles frei im haus sind noch ein paar aber wenn wir es schaffen das haus ist egal was vorne die tür ist sehr weit offen okay sehe ich anscheinend nicht um das hier habe ich nicht alle markieren sie alle Ich bin unterwegs. Shit, ich muss die Position wechseln. Okay, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Ja. Erledigt. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie blind sind die denn? Okay, das ist echt peinlich. So, noch 10 Sekunden. Das ist echt seltenlämlich. Ich hab das Ziel. Hab das Ziel. Gezeichen. Einer weniger. Und ich dachte, das wird jetzt ein richtig schweres Ding. Hm, aber nö. Jetzt wird's schwer. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Esa mierda era para nosotros. Ziele fast. Bin bereit. Shit, ich sehe ruhig. Ich muss die Position wechseln. Wir sind hier. Ich lege an. Tango am Boden. Ja. Da kommen noch mehr von denen. Das war mein Fail. Ja. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020